Höher! Von richtig von oben! Von richtig von oben, damit das richtig geil aussieht! Nein, da musst du... Mann, oh Mann, hier hinhängen! Gib dir mal ein bisschen Mühe! Ey, das wäre nix, ey! Das ist ja der reinste... Die reinste Bierverschwindung! Schlimm! Ich will auch noch mal halten! Ich kann sie aus der Seite saufen lassen! Jetzt ist der Büchse dran! Nein, nein, nein! Ich hab bei mir im Wohnzimmer ins Team! Das ist eine kleine Schraubel, wo man alles reinkippen kann! Und was da passt! Ja, sauber! Guck mal! Er kanns! Er kanns! Aber ich hab alles gekippt! Ich hab alles gekippt! Ah! Und hier ist... Das ist mies! Hier ist eine Lücke! Da ist eine Lücke! Ja! Ja! Ja!